Achso, ich nehme Video auf, ja. Nicht, dass du dich wunderst. Ja, okay. So Freunde, ich bin wieder da, wie man unschwer erkennen kann. Meine physische Präsenz ist ja ein Hinweis darauf. Ich war jetzt eine Woche im Iran gewesen und eigentlich wollte ich jetzt ein total ausführliches Video darüber machen, was ich so alles wildes im Iran erlebt habe. Aber ich bin direkt nach meiner Heimkehr krank geworden. Und deshalb bleibt es jetzt bei einer relativ kurzen Zusammenfassung, die auf jeden Fall darauf hinausläuft, dass ich jetzt wieder da bin. Und dass es dann jetzt ab nächster Woche dann auch wieder fleißig Videos geben wird, viel ist bisher nicht passiert, eben weil ich krank bin. Ich möchte dann aber auch mein Zwei-Kanal immer mal das eine oder andere Video dann hochladen, weil wir natürlich im Iran ziemlich viele Aufnahmen gemacht haben. Ich habe auch schon ein Video veröffentlicht, das ist eine Videotaxifahrt mit einem Taxifahrer, der eigentlich ziemlich lustig war und sehr viel von Deutschland gehalten hat. Aber es gibt natürlich dann auch mehr. Wir hatten wirklich ein traumhaftes Hotel gehabt, richtig traditionell, das war super. An sich die Reise hat auch Astrain funktioniert. Ich würde euch eigentlich auch nochmal so ein bisschen darüber aufklären. Wegen der Reisewarnung vom Auswärtigen Amt. Im Übrigen auch die Schweiz hatte offiziell gewarnt, dass es eben unsicher wäre, in den Iran zu reisen. In dem Fall natürlich für Schweizer. Aber ich konnte das so nicht bestätigen. Also es gab keine besonderen Kontrollen am Flughafen. Wir sind ja am International Airport in Isfahan gelandet. Und auch als wir wieder abgereist sind, war das eigentlich wenig aufgeregt und wir wurden auch jetzt nicht groß kontrolliert. Tatsächlich wurde das Terminrecht recht intensiv kontrolliert. Also jetzt nicht als Smartphone. Also was das Auswärtige Amt da geschrieben hatte, ich kann euch das ja nochmal verlinken. Die hatten ja geschrieben, dass das Smartphone untersucht wird und dass es dann zu willkürlichen Verhaftungen kommt. Bis hin, dass dann den deutschen Touristen, wogemerkt, geraten wird, wenn man ein Medikament braucht, dass man das dann halt auch auf Vorrat mitnehmen sollte. Damit man halt im Gefängnis genügend davon hat. Also ich bin ja total paranoid geworden, als ich das gelesen hatte. Ich hätte das Auswärtige Amt befragt dazu, die hatten nicht geantwortet. Da hatte ich dann nur eine KI-generierte Antwort bekommen, die aber mit dem Thema nichts zu tun hatte. Falls jemand aber mal überlegt hat, in den Iran zu fliegen, kann ich nur sagen, ich kann die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, auch wenn die echt krass klingt, kann ich nicht bestätigen. Keiner hat unser Handy kontrolliert, also das Smartphone. Wir wurden auch nicht befragt. Jetzt bei der Einreise gab es keine großen Sicherheitschecks, die haben halt kurz unsere Koffer gescannt. Aber das war's. Wir sind durch einen deaktivierten Metalldetektor. Ganz ehrlich, da war der Sicherheitscheck im BER wesentlich intensiver gewesen. Samin wurde tatsächlich in ein Büro gebeten, also direkt am International Airport, dann in Israhan. Und sie wurde dann befragt, was sie halt beruflich macht, warum sie im Iran ist etc. Aber an uns Deutschen, da gab es jetzt keine große Interesse. Also ich bin hier mit meinen Eltern, bin ich ja nach Iran. Iran selber, wir waren wie gesagt in Israhan, also Teheran ist die Hauptstadt. Die ist natürlich dann noch aufregender, aber Israhan selber zwei Millionen Stadt, also jetzt auch nicht gerade ein Dorf. Interessante Kultur auf jeden Fall. Ich hatte ja schon eingangs erwähnt, so in meinem ersten Video, wo ich dann den Urlaub angekündigt hatte, dass ich eigentlich überhaupt gar kein Interesse am Reisen habe, auch nicht an anderen Kulturen, anderen Sprachen, anderen Religionen. Und das hat sich inzwischen auch nicht geändert. Ich kann aber trotzdem spoilern. Ja, das iranische Völkchen ist auf jeden Fall extrem gastfreundlich, so wie es ja eigentlich auch schon vorher gelesen hatte. Und so war es dann auch in der Praxis gewesen. Also wir wurden wirklich jeden Tag bespaßt. Das Straßenverkehr ist ausgesprochen wild. Wir brauchen dringend ein STVO, das kann ich euch aber flüstern. Wir sind mit dem Taxi gefahren, wir haben uns aber auch von Samins Familie da von den Brüdern fahren lassen. Und wir hatten Todesangst. Das kommt in dem Video gar nicht so rüber, was ich auf meinen Zweitkanal hochgeladen habe. Aber also die machen da eine dritte Spur auf, wenn eigentlich nur zwei Spuren da sind. Die fahren durch die engsten Gassen, wo man denkt, jederzeit haben die Kontakt mit der Wand oder mit anderen parkenden Fahrzeugen. Apropos parkende Fahrzeuge, unglaublich viele sind beschädigt, eben weil die halt ständig durch den engen Straßenverkehr fahren. und da keine sichtbaren Regeln folgen, sagen wir mal so. Alle total unaufgeregt. Die haben auch verhältnismäßig wenig gehupt. Ich hätte ja gedacht, dass da totale Hubkonzerte abspielen. Aber war gar nicht so gewesen. Tatsächlich ist der Straßenverkehr zwar unübersichtlich wild und ohne sichtbaren Muster, aber unaufgeregt. Ich sage mal, wer nicht die Vorfahrt schnüppelt, hat den iranischen Straßenverkehr nicht verstanden. Aber das stört den dann auch nicht. Die gehen dann halt dann in die Eisen, lassen den durch. Müssen sie ja auch. In Deutschland, da ist die Eskalation hinter dem Steuer ja praktisch Standard, aber dort juckt das niemanden. Also auch wenn jetzt mein Fahrer jemand die Vorfahrt genommen hat, falls die überhaupt Vorfahrtsregeln haben, aber ich vermute mal schon. Weil es gab ja auch Stoppschilder und Ampel. Hat keiner interessiert. Da kommt dann übrigens auch schon mal Mopedfahrer entgegen. Das heißt, die fahren auf der entgegengesetzten Spur halt, um schneller voranzukommen. Total wild. Aber ich will nicht so auf den Straßenverkehr hinbleiben. War aber an sich schon mal echt eine Erfahrung gewesen. Wie gesagt, Iraner selber, also das Hotel, die Angestellten super freundlich, sprachen teilweise Englisch. War nicht so verbreitet, wie ich es erwartet hätte. Obwohl Isfahan auch schon eine Touristenstadt ist. In Teheran ist es vielleicht nochmal anders. Die Familie von Samin wirkt unfassbar gastfreundlich und wir wurden auch mit Geschenken überhäuft. Was auch ein Teil der iranschen Kultur ist. Uns natürlich unangenehm als Deutscher. Und was auch die Stadt selber anbelangt. Man kommt ja erst mal so mit seinen Vorurteilen dahin. Ist ja klar. Wobei ich die ja schon gut gehends abgebaut hatte, so in der Vergangenheit eben durch Samin. Aber Isfahan ist unglaublich sauber. Braucht man jetzt nicht zu glauben, dass die keine Stadtwirtschaft haben oder so. Also die Stadt an sich wirklich komplett sauber. Gut ausgebaut. Also was das Straßennetz eigentlich anbelangt. Auch so die Gassen etc. Eis. Alles ziemlich gepflegt. Auch die Gebäude waren eigentlich ziemlich gepflegt gewesen. Ich finde es schade, dass manchmal so ein bisschen kultureller Altbau, naja, schon so ein bisschen zerbröckelter. Auch so was den Bazar dort anbelangt. Die haben gigantischen Bazar, Freunde. Das ist unfassbar. Aber insgesamt wirklich eine sehr, sehr gepflegte Stadt. Und nicht nur, dass die halt gepflegt ist und nicht irgendwie total dreckig, was die Geruchsbelästigung anbelangte, Abgase halt. Das war manchmal schon ziemlich belastend. Die haben halt nicht alle da einen Cut. Also das Taxi, mit dem wir vom Flughafen dann zum Hotel gefahren sind, das roch im Innenraum halt nach Benzin. Hat irgendein Problem gehabt. Ich habe auch mal geguckt, das Taxi hatte in welchen oder tausend Kilometer runter. Aber was jetzt so die Optik anbelangte, viel grün, obwohl Isfahan, beziehungsweise der Teil von Iran halt wesentlich trockener ist. Aber die kümmern sich da wirklich, da sind riesige gepflegte Grünanlagen. Die kümmern sich auch um die Kulturstätten, die werden da gepflegt. Also irgendein Palast oder irgendein Schar oder sowas. Alles in dem Top-Zustand. Als wir dort waren, wurde da auch vieles modernisiert und wieder aufbereitet. Also man kümmert sich da um Kultur. Man kümmert sich da um ein vernünftiges Stadtbild. Sicherlich nicht nur für Touristen, weil, ehrlich gesagt, haben wir da kaum Touristen gesehen. Es war eher so Binnentourismus. Iran ist ja riesig. Sondern ich denke mal für die eigenen Leute. Wir haben mehrere Parks gesehen, die in der astreien Zustand waren. Also wenn ich mal so schaue, in meiner Heimatstadt, wir haben ja auch Parks, aber die sind ja der Gegend richtig verwildert. Aber dort super gepflegte Parks mit einiges an Vielfalt, wo man sich dann halt auch Mühe gibt, den Leuten etwas zu bieten. Da gibt es auch ein richtig krasses Nachtleben. Da sind dann ab 20 Uhr unglaublich viele Leute auf der Straße. Wie bei uns halt in irgendeinem Urlaubsort. Aber das ist halt dort ganz normal. Weil erst mal ist es tagsüber dann gerade im Sommer extrem heiß. Aber auf der anderen Seite bietet die Stadt den Einwohnern dann halt auch einiges, dass es ihr echt lohnt halt rauszugehen. Also die Grünanlagen waren wirklich beeindruckend gewesen. Wir haben uns dann auch so Brücken angeschaut. Und da waren auch unglaublich viele Leute. Also historische Brücken, die dann halt auch für den Autoverkehr gesperrt waren. Einfach halt zum Anschauen, zum Flanieren und Spaß haben. Und es war alles gepflegt. Gut ausgebaut. Beleuchtet. Da waren auch irgendwelche Hochstraßen, die waren von unten angeleuchtet gewesen. Das vermisse ich hier so. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass die Stadtverwaltung dafür Sorge tragen möchte, dass die Bevölkerung sich in der Stadt halt wirklich wohl fühlt. Und dass die da halt auch ansetzen müssen, was dann zu sehen haben. Dass sie sich da ein bisschen entspannen können. Das braucht man gar nicht zu glauben, dass das alles heruntergekommen und dreckig ist. Ach ja, und eins noch. Samin war ein unglaublich guter Guide. Also ich habe sowieso keine Ahnung von der Reiserei. Meine Eltern, ja es geht so. Aber außerhalb der EU, ja ganz, ganz wenig. Und der Iran ist ja auch kulturell, wie gesagt, das ist ja noch eine ganz eigene Welt. Aber Samin, bester Guide ever. Er hat uns vom BER bis zum International Airport, die sind ja über Istanbul geflogen, mussten noch rumsteigen. Zack, ich bin ihr nur hinterher gelaufen. Das lief echt super. Und im Iran natürlich selber, ist perfekt. Wenn man jemanden an der Seite hat, der ja selbst halt Persisch spricht und hat sie da alles gerockt. Also das war richtig entspannt für mich gewesen. Freunde, wenn man einen Guide dabei hat, dann ist es auf jeden Fall einiges leichter, weil wir hatten ja jetzt ja nicht irgendwie eine Touristengruppe oder sowas. Also wir haben uns in der Großen und Ganzen ein Hotel gemietet und die Flüge gebucht. Mehr war es ja gar nicht gewesen. Und das war ein richtig geiles Tradition. Ich will es nochmal betonen. So ein richtig traditionelles Hotel im Herzen von Isfahan. Das Hotel hatte vielleicht sechs, sieben Zimmer gehabt. Also wirklich ein sehr kleines. 20 Zimmer. 20 Zimmer? Wo waren die anderen Zimmer? Unter und unter. Ah, okay 20 Zimmer, aber es ist immer noch wenig für ein Hotel. Wir hatten was bei 70 Quadratmetern und es war super traditionell eingerichtet. Und es war wirklich ein traumhaftes Hotel. Also es war schon surreal. So traumhaft war das. Und Samin hat uns da wirklich auch durch den Bazar mit den Leuten verhandelt. Man muss ja verhandeln, weil sonst wird man halt abgezockt. Also es ist auch ein Teil der Kultur, dass da halt wirklich immer verhandelt wird. Wir haben natürlich auch so Teppiche gekauft und anderen Touristen schnickstack auf den wirklich gigantischen Bazar, wo es 95 Prozent Waren für Frauen gab. Das ist wirklich unfassbar, die sich auch ständig wiederholt haben. Aber man hat schon gemerkt, auf welches Geschlecht es man da so abgezielt hat. Und eine Moschee haben wir uns angeguckt und ein paar andere Sachen. Und Samin hat uns wirklich von A nach B. Das war super entspannt gewesen, wenn man halt einen Guide hat, der sich da halt örtlich auskennt. Falls einer Bock hat, halt auch Urlaub im Iran zu machen. Also wie gesagt, es gab halt so gar keine Probleme. Wir wurden im Übrigen auch im Iran selber. Wurden wir nicht irgendwie von der Polizei angequatscht oder sowas. Ja, zeig mal deinen Ausweis, zeig mal dein Telefon, zeig mal dein Gesicht. Und wir waren wirklich auffällig. Es gab ja sonst keine blonden Menschen dort. Vor allem meine Mutter war ein Highlight gewesen. Die wurde sogar von Kindern fotografiert auf dem Bazar. Weil meine Mutter hatte halt blaue Augen und lange blonde Haare. Ich bin ja eher ein bisschen dunkler blond. Da hat es nur für ein Foto gereicht. Für ein gelegentliches Umdrehen nach diesen Schönlingen. Also wir waren auffällig gewesen. Aber Polizei oder sowas, jetzt ist echt keiner für uns interessiert. Und eins auch noch, es gab auch keine religiösen Zwischenfälle. Irgendeiner ein Problem damit hatte, dass wir halt keine Moslems sind. Das hat auch absolut keine Rolle gespielt. Es gibt hier ja, ich würde eigentlich auch ein bisschen intensiver auf das Thema noch ein bisschen eingehen, dass es diese Vorurteile hier gerade in Deutschland gibt, die teilweise ja schon den Fanatismus ausarten, wie die ja so alle unterwegs sind und woran die ja glauben müssen, weil das ja in irgendeinem Buch steht. Aber ich sage euch, wenn man dann da unten ist, ist das einfach alles komplett anders, als es hier in Deutschland am Stammtisch diskutiert wird. Ich weiß, da werden jetzt die Meinungen wieder auseinander gehen, von welchen, die sich da einfach nicht belehren lassen wollen. Aber ich kann nur sagen, ich war jetzt in Israhan gewesen und ich war im Herzen im Prinzip des Irans und jetzt nicht irgendwie in so einer stillgelegten Touristenecke, wo es dann halt auch nur Deutsche gibt. Und wir hatten wirklich weder kulturell noch halt mit der Religion, hatten wir irgendwelche Probleme. Keiner hat irgendwie Anstoß an uns genommen und die Leute waren gastfreundlich, sie waren allgemein sehr, sehr freundlich gewesen. Wir wurden natürlich auch immer ab und zu mal angesprochen, nicht nur von Verkäufern, damit nur Teppiche kaufen. Und insgesamt lief es halt wirklich reibungslos und wir wurden halt einfach so respektiert, wie wir halt waren. Ja, meine Mutter musste Hijab tragen, das liegt aber halt daran, dass es im Iran halt einfach gesetzt ist. Was jetzt auch die Leute anbelangt, hat es die meisten echt nicht gejuckt. Also uns kam sogar dann auch mitten auf der Hauptstraße ein Mädel entgegen, bauchfrei, ohne Hijab und hat meine Mutter angequatscht, ob wir halt aus dem Ausland kommen. Weil die war halt auch sehr westlich orientiert und hatte offensichtlich auch keine Probleme irgendwie, wobei bauchfrei ist wirklich schon sehr, sehr grenzwertig. Aber gerade im Hotel hatten viele Iranerinnen keinen Hijab getragen. Also am meisten hatten sie halt eine Öffentlichkeit, also wenn sie auf den Straßen waren oder auf dem Bazar oder so, aber auch da nicht alle. Und ich habe nicht ein einziges Mal gesehen, dass halt irgendein Polizist oder so ein Mädel angequatscht hat und hat gesagt, trag mal deinen Hijab. Kam da eigentlich nicht vor. Also das Leben ist nicht so streng gewesen, wie ich es auch anfänglich dachte. Wir haben uns natürlich trotzdem an den Regeln gehalten, auch wenn meiner Mutter mal das Hijab runtergerutscht ist oder so. Hijab, das ist bloß so ein lockeres Kopftuch im Iran. Ja, das tragen die ja nicht mal ganz auf den Kopf, sondern meistens nur bis hierher ungefähr. Das ist also ein bisschen dünnes Tuch, mehr ist es ja gar nicht. Und wenn es mal verrutscht, es hat einfach niemanden gejuckt. Das war es jetzt aber wirklich. Freunde, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Auf dem zweiten Kanal werde ich auf jeden Fall noch ein paar mehr Eindrücke hochladen. Bin wieder da, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.